Hallo und herzlich Willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Law Busters mit iMoox hier in Graz. Das ist Michael, mein Name ist Maximilian und Sie kennen uns wahrscheinlich aus solchen Episoden wie Warum Arya Stark Keinen Wolf Geschenk Bekommen darf und ähnlichen. Und heute haben wir uns hier zusammen gefunden in Graz wieder, um wie es hier so schön dekoriert ist, Weihnachtsfilme zu besprechen und haben drei solche Weihnachtsfilme mitgebracht. Wobei wir es so machen werden, dass wir ganz allgemein uns rechtliche Aspekte von diesen Filmen anschauen werden und wir werden uns auch ein bisschen juristische und künstlerische Freiheiten nehmen, so dass wir mehr besprechen können als nur die einzelnen Tatbestände, wenn es zum Beispiel ums Strafrecht geht, sondern dass wir ein bisschen ausholen können. Ziel ist es heute, dass wir eher in die Breite gehen als in die Tiefe, weil es sehr oft so ist, dass in die Tiefe zu gehen sehr viel mehr Zeit braucht. Wir möchten also die Schrotflinten-Methode anwenden und sehr breit gestreut uns rechtliche Aspekte von diesen Filmen ansehen. Wir haben mitgebracht als ersten Film Kevin allein zu Haus. Für uns ist das ein richtiger Weihnachtsfilm, der läuft unseres Erachtens. Jedes Jahr zu Weihnachten anderer Ansicht sind die beiden Herren, die uns im Studio hier aufnehmen. Im Zuge dessen möchte ich gleich jetzt mich herzlich bedanken bei der bei der sehr netten Betreuung. Michael wurde auch geschminkt, ich habe das nicht notwendig. Ja, danke schön. Bitteschön. Ja, also, Kevin allein zu Hause ist unser erster Film. Als zweiten Film werden wir dann das letzte Einhorn besprechen und als dritten Film einen meiner Lieblingsweihnachtsfilme, nämlich Stirb Langsam mit Bruce Willis. Der spielt zu Weihnachten. Nur so. Genau. Jedenfalls ist es so, jetzt wissen Sie, die drei Filme werden wir besprechen. Drei sehr unterschiedliche Genres. Von Animationsfilm das letzte Einhorn über eine Live-Action-Komödie und einen relativ bekannten Actionfilm. Apropos relativ bekannt. Es ist so, wenn Sie die Filme noch nicht gesehen haben sollten, machen wir jetzt einen riesengroßen Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Schauen Sie sich die Filme vielleicht vorher noch an. Wir werden wirklich mehr oder weniger den ganzen Film durchbesprechen oder zumindest uns nicht davor scheuen, auch bis weiter hinten in der Timeline zu gehen. Also möchten wir Ihnen nicht den Spaß verderben, die Filme frisch und neu zu sehen. Sie werden die Filme dann natürlich nie wieder mit den gleichen Augen sehen, sondern mit den Augen von uns Juristen. Und zur leichteren Identifikation, auch optisch, haben wir für jeden Film ein Prop mitgebracht. Also eine Sache, die im Film sehr präsent ist, beziehungsweise die im Film eine sehr wichtige Szene hat. Es ist bei Kevin Allein zu Haus natürlich das Bügeleisen. Genau. Darauf werden wir demnächst zu sprechen kommen. Zuerst möchte ich aber noch ganz kurz auf den Inhalt ganz allgemein eingehen von Kevin Allein zu Haus. Wahrscheinlich wird das jetzt eher ein bisschen redundant sein, weil den Film eh sehr viele Leute kennen. Wenn nicht, rufe ich Ihnen kurz das Ganze wieder ins Gedächtnis. Kevin Allein zu Haus ist ein Film aus dem Jahre 1990, bei dem Chris Columbus Regie geführt hat und Macaulay Culkin, ich habe das jetzt richtig gesagt, Macaulay Culkin, ein sehr junger Bub, damals noch mehr oder weniger über Nacht zu einem Megastar, zu einem Megakinderstar wurde. Inhaltlich ist es so, dass die MacAllister-Familie eine sehr große Familie ist und vorhat, über Weihnachten wegzufliegen. Und die wohnen in einem Vorort in Chicago, ein relativ gut betuchter Vorort. Und dort ist es so, dass sich alle zusammengefunden haben und am Tag vor der Abreise sozusagen noch gemeinsam Pizza essen. Kevin wird verarscht von seinem Bruder, von seinen Cousins und Cousinen. Ihm geht es nicht sehr gut. In der Nacht gibt es einen Stromausfall und der Wecker funktioniert in der Früh nicht, sodass alle in einer riesengroßen Hektik munter werden, weil sie sich wahrscheinlich verspäten werden und den Flug verpassen. In dieser Hektik wird aus Versehen der Nachbarjunge, der heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber wahrscheinlich finde ich den Namen jetzt nicht, Mitch Murphy, Mitch Murphy, so wie Maximilian Model, ein super Name, wird der aus Versehen mitgezählt und dadurch der Kevin, der ganz oben im Dachboden schlafen muss, weil er ja so böse war, wird vergessen. Dann sind sie schon in Paris, die ganze Familie ist in Paris, dort kommt die Mutter dann drauf, eigentlich noch während des Fluges, dass sie ihren Sohn vergessen hat, macht sich große Gewissensbisse und dreht mehr oder weniger am Fuß in Paris am Flughafen um und möchte wieder zurück, um zu ihrem Sohn zu kommen. Währenddessen wird Kevin munter, ist alleine, glaubt, dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, seine Familie nicht mehr zu haben und tun zu können, was er will. Er bemerkt dabei aber dann auch, dass es ein paar Gauner in der Nähe gibt, nämlich die feuchten Banditen und die kann er durch eine Belauschung mitbekommen möchten, gerne das Haus überfallen, also einbrechen und dort einiges mitgehen lassen. Als er das bemerkt, trifft er Vorkehrungen, um diesen feuchten Banditen Paroli zu bieten und dann geht eigentlich der Teil des Films los, den jeder wirklich gut in Erinnerung hat, wo zum Beispiel auch dann das Bügeleisen vorkommt, der Nagel in dem Teerboden auf der Stiege, der sehr heiße Türknauf, der vereiste Aufgang zum Haus und so weiter. Wenn Sie sich jetzt alle daran erinnern, ist es ja so, dass Kevin diese ganzen Fallen stellt und die feuchten Banditen mehr oder weniger in jede dieser Fallen tappen und sich schwerstens wehtun. Also sich sehr stark verletzen. Ich möchte also in dieser Hinsicht zum einen darauf eingehen, was das Ganze für strafrechtliche Aspekte im österreichischen Recht bedeuten würde. Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass das Ganze dann in Österreich spielen würde, also nicht in einem Vorort in Chicago, sondern in einem Vorort von Graz zum Beispiel. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen Zivilrecht anschauen und vielleicht später, wenn ich noch dazu komme, auch ein bisschen auf allgemeine rechtliche Aspekte gehen. Okay, wenn wir zuerst, ja? Vielleicht ganz kurz, was eine wichtige Frage gleich einmal ist, wir reden ja von Kevin allein zu Hause und seine Mutter, die sich Sorgen macht. Der Kevin, wenn das ein Erwachsener wäre, dann ist ja das eigentlich egal, dann ist halt einmal alleine zu Hause. Das ist auch traurig, aber nicht zu schlimm. Auch traurig, aber nicht zu schlimm. Aber sozusagen der Antrieb der Mutter ist ja auch deswegen, weil der Kevin halt so der Jüngste, glaube ich, ist oder einer der Jüngsten. Ja, das sind acht Jahre. Das habe ich vergessen. Das ist acht Jahre im Film. Perfekt. Meine Frage jetzt gleich einmal an dich. Was heißt das dann? Der Verletzt, wie du gesagt hast, die Banditen da sehr schwer. Man sieht das Ganze, also die haben dann einen Bügeleisenabdruck am Gesicht, also Verbrennungen im dritten Grades und so weiter. Was heißt das eigentlich? Also da muss man schon sagen, okay, vielleicht ist er da strafbar, der Kevin. Kann er überhaupt strafbar sein, jetzt rein von seinem Alter her? Ja, da rechnen wir jetzt eigentlich von der Straffähigkeit als solche. Darauf wollte ich dann auch noch eingehen natürlich. Es ist so, dass wir im österreichischen Recht die Rechtsgeschäftsfähigkeit haben, die Rechtsfähigkeit, die Geschäftsfähigkeit und die Straffähigkeit. Ich ziehe das jetzt gleich vor und mache das in einem Aufwischen sozusagen. Die Rechtsfähigkeit in Österreich beschreibt die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten im Allgemeinen zu sein. Und rechtsfähig ist sozusagen jeder Mensch ab seiner Geburt. Die Geschäftsfähigkeit, darauf bin ich beim letzten Mal eingegangen mit Arya Stark und mit den vielen Geschenken, die sie bekommt, ist nach dem Alter und dem Reifegrad unter Anführungszeichen eines Menschen gerichtet. Da geht es von 0 bis 7, die sind im Allgemeinen Kinder, dann geht es von 7 bis 14, das sind die unmündigen Minderjährigen und dann von 14 bis 18 die mündigen Minderjährigen und die dürfen dann eben abgestuft auf ihr Alter unterschiedliche Sachen machen oder auch nicht brauchen entweder die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts von den Eltern oder auch dann nicht mehr, wenn sie älter als 18 sind. Und dann zu deiner Frage, die Straffähigkeit ist so geregelt, dass es im Grunde so ist, dass ab dem 14. Lebensjahr eine Strafe ahnbar ist sozusagen, also verfolgt werden kann und ja, das ist im Endeffekt, also ab 14 könnte man dann den Kevin selbst belangen. Davor ist die Frage eben die, haften Eltern für ihre Kinder oder nicht? Genau. Vielleicht ganz kurz, meine Profession ist ja auch hauptsächlich das Strafrecht in meinem alltäglichen Beruf, in diesem Fall als Rechtsanwalt. Und da ist es eben sehr wichtig, ob ein Kind unter 14 Jahren ist, also wo zwar das Jugendamt sich einschalten kann mit flankierenden Maßnahmen, aber letztlich kein Strafurteil ergeben kann, ob das Ganze dann ein Jugendlicher ist, wo das Jugendgerichtsgesetz gilt oder ob er dann ein junger Erwachsener ist, also bis 21, wo auch zu einem gewissen Grad das Jugendgerichtsgesetz noch gilt. Das heißt, die volle Anwendung des Strafrechts, die wirklich hundertprozentige, haben wir nicht erst ab über 21 Jahren. Also mit dem Kevin, können wir jetzt einmal zusammenfassen, wenn ich das darf, strafrechtlich mit seinen acht Jahren fangen wir jetzt noch nicht recht viel mit ihm an eigentlich. Also es mögen zwar Strafhandlungen gesetzt worden sein, aber er jetzt einmal in erster Linie kann nicht dafür verurteilt werden. Vor allem im österreichischen Gericht. Amerikanische Gerichte, das sieht man auch hin und wieder in den Medien, mögen das durchaus anders sehen. Aber wie gesagt, wir sind ja beim Kevin allein zuhause in einem Vorort von Graz. Von Graz, genau. Genau. Und diese, das ist schon die erste juristische Freiheit und künstlerische, die wir uns genommen haben, dass wir sagen, er ist in Graz daheim oder in der Nähe. Und die zweite ist die, dass wir dann, wenn ich jetzt unterschiedliche strafrechtliche Delikte bespreche, immer auch davon ausgehen würde sozusagen, dass Kevin sagen wir 22 ist, damit das volle Strafrecht auf ihn anwendbar ist. Aber im Grunde geht es uns ja darum, allgemein Delikte anzusprechen, die hier entweder versucht oder vollendet werden, vollendet wurden. Und da möchte ich eigentlich anfangen mit dem offensichtlichsten meines Erachtens, nämlich dem, was ist denn überhaupt das Strafrecht? Und dann auf die feuchten Banditen eingehen. Das Strafrecht selbst ist im Grunde geregelt im Strafgesetzbuch, StGB. Es gibt auch Nebengesetze, aber für uns ist heute in diesem Fall von Kevin das Strafgesetzbuch das zentrale Gesetz. Das hat am Beginn einige allgemeine Paragrafen, allgemeine Rechtsnormen, die dann auf den speziellen Teil insgesamt anwendbar sind. Da geht es um Fahrlässigkeit, da geht es um Vorsatz und so weiter. Und grundsätzlich schützt das Strafgesetzbuch besonders wertvolle, wichtige Rechtsgüter, wie zum Beispiel das Leben, das Vermögen, das Eigentum vor Schaden. Eine Handlung, nur um das von vornherein noch klar zu stellen, also ein Tun oder ein Unterlassen auch, nicht nur das Tun selbst, sondern auch das Unterlassen ist dann strafbar, wenn die tatbestandsmäßige Rechtswidrigkeit, wenn sie tatbestandsmäßig ist, wenn sie rechtswidrig ist und wenn sie auch schuldhaft ausgeführt wurde. Der Tatbestand dabei ist das eigentliche Tun sozusagen, diese verbotene Handlung und daran wird eben dann eine Strafdrohung geknüpft. Es ist so eine Art Wenn-Dann-System. Wenn du jemanden tötest, dann wirst du bestraft. Genau. In unserem Fall, die feuchten Banditen, die möchten gerne in das Haus einsteigen. Einsteigen ist nicht unbedingt ein Terminus technicus aus dem Strafgesetz oder aus der Juristerei allgemein, sondern hier sprechen wir von Einbruch. Einbruch. Einbruch ist geregelt in § 129 Strafgesetzbuch und § 129 ist der Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen, also es ist sozusagen eine Qualifikation des normalen Diebstahls, also jemandem eine Sache wegzunehmen. Ein Spezialfall sozusagen. Der § 127, also der Diebstahl selbst, StGB, lautet, wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Also auch auf Diebstahl ist, je nach Schwere des Tuns, auch Freiheitsstrafe angedroht. Genau. Man könnte jetzt sehr viel darüber reden, dass bei Diebstahl sozusagen ein erweiterter Vorsatz gegeben sein muss. Das heißt, dass nicht nur das Wegnehmen der Sache, die man haben möchte, relevant ist, sondern auch das, dass man die Sache haben möchte, also dass man sich selbst damit bereichern möchte. Also zum Beispiel, Michael, wenn ich Dir jetzt Deine Geldtaschen fladere, um es so juristisch korrekt auszudrücken. Geldtasche fladern, das steht auch hier genau auf der Seite 551. Wenn ich Dir diese Geldtasche entwende und da drinnen sind 500 Euro, in Deinem Fall sind 5 Euro. Danke. Dann ist drinnen Dein Führerschein und Dein Personalausweis. Ja. Kann ich Dir, wenn ich Dir das so fragen darf, kann ich Dir das alles stehlen im Sinne des Paragraph 127 StGB Diebstahl? Ich bin zwar strafrecht, aber ich denke, Du wirst es mir gleich sagen. Ja genau. Es ist so, ich kann das Geld stehlen, weil das hat einen Wert. Das hat sozusagen einen Tauschwert im Sinne dessen, dass ich mich damit bereichern kann. Wenn ich dem Michael 5 Euro wegnehme und die behalten will und er will sie mir nicht freiwillig geben, dann habe ich ihm das gestohlen und habe damit den Diebstahl vollendet. Da muss dann noch der Richter kommen und der Staatsanwalt und so weiter und die Polizei. Aber rein dieses Delikt wurde damit vollendet. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel seinen Führerschein oder einen Personalausweis stehle, dann fällt das nicht unter den Paragraph 127 StGB, weil die keinen Tauschwert haben. Also sozusagen dadurch kann ich mich mit der Zueignung nicht bereichern. Das wäre zum Beispiel bei einer Urkunde, Urkundenunterdrückung, wenn ich Dir die wegnehme. Das ist geregelt in Paragraph 229 StGB. Oder wenn ich die Bankomatkarte stehle, dann ist das die Entfremdung von unbaren Zahlungsmitteln und das ist geregelt in 241 StGB. Vielleicht ganz kurz. Darum ist die Entwendung einer Geldtasche oder das Fladern des Geldbeutels auch ein wunderbarer Prüfungsfall im Strafrecht, weil ich mit einer Handlung, nämlich das Wegnehmen der Geldtasche, sofort fünf Tatbestände habe, die alle ineinander oder miteinander verschränkt sind und ineinander in Konkurrenz stehen. Was auch wichtig ist, dass zum Beispiel zur Zeit diese Kryptowährungen, die es ja gibt, Bitcoin, Ethereum, so heißt es, und diese ganzen Sachen, da gerade die Diskussion ist, ob man die stehlen kann, weil sie als Währung zu verstehen sind, wie Geld, oder ob sie etwas anderes sind und das ist noch vieles offen. Also wenn da irgendetwas ist, muss man sich schon bewusst sein, dass man sich als Richter oft schwer tut, zu sagen, wie bewerte ich das strafrechtlich, obwohl die Handlung eigentlich relativ klar ist. Ja, ja, gut. Ein schöner Beispielfall sozusagen aus der Ausbildung eines Juristen auf der Uni. Ich möchte jetzt noch einen Schritt zurückgehen und wieder so eine juristische Freiheit nehmen. Wenn die feuchten Banditen jetzt kommen würden und nur ins Haus gelangen möchten, also nicht unbedingt auch was mitgehen lassen möchten, was fladern möchten, sondern eben einfach nur Zutritt zum Haus gelangen, Zutritt sich verschaffen möchten, dann könnte man sagen, es fehlt der Vorsatz sich zu bereichern und dann haben wir hier den Fall eines Hausfriedensbruchs. Dieser Hausfriedensbruch ist in § 109 Strafgesetzbuch geregelt und sagt, wer den Eintritt in die Wohnstätte eines anderen mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt erzwingt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Keine alternative Geldstrafe, sondern direkt Freiheitsstrafe. Das wäre der Hausfriedensbruch. Also wenn die feuchten Banditen einfach nur reinkommen möchten, um sich an Kevin zu rächen. So weit ist es ja gar nicht weg vom Film, weil zu Beginn möchten sie einfach nur einsteigen, dann kippt das irgendwann durch die vielen Misshandlungen von Kevin in eine reine Racheaktion, wo es gar nicht mehr darum geht, ob sie etwas mitnehmen können oder sich bereichern können. Apropos Misshandlungen, ich überspringe jetzt ein bisschen was. Wesentlich wichtiger ist in diesem Fall, weil das Bügeleisen schon darstellt, weil ich den Nagel erwähnt habe, den heißen Türknauf oder den kleinen Flammenwerfer, der da auch bei der Tür dann dem Harry, dem einen der feuchten Banditen die Haare versenkt. Weil das alles vorkommt im Film, das ist ja sozusagen im strafrechtlichen Sinn eine Körperverletzung. Und Körperverletzung, da geht es um die körperliche Unversehrtheit und auch die wird durch das Strafgesetzbuch geschützt oder möchte eben verhindert werden. Körperverletzung ist ein relativ facettenreicher Tatbestand. Es gibt sehr viele Paragrafen im Strafgesetzbuch, die reichen von § 83 der normalen Körperverletzung bis § 88 Strafgesetzbuch, wo es eben unterschiedliche Aspekte gibt. Unterschiedliche Schweregrade oder auch nur die fahrlässige Körperverletzung zum Beispiel. Also wenn man gewusst hat, dass es sich vielleicht wehtun wird, aber das nicht unbedingt wollte. Vielleicht ganz kurz, ein klassischer Fall im Straßenverkehr, wenn es einen Unfall gibt und es ist jemand zu schnell gefahren und der andere wird verletzt, steht immer die fahrlässige Körperverletzung im Raum, wird aber Gott sei Dank in den seltensten Fällen wirklich dann strafrechtlich schlagend, weil meistens der Verletzungsgrad nicht so hoch ist, dass das wirklich strafrechtlich zu behandeln wäre. Genau. Weil eine Misshandlung selbst, also den Körper nicht direkt verletzt, zum Beispiel das Anrempeln oder so, Quot erat demonstrandum, also das Anrempeln zum Beispiel, das Anrempeln ist nicht strafbar. Das alleine ist grundsätzlich noch nicht vom Paragraph 83 jetzt der Körperverletzung Strafgesetzbuch abgedeckt. Könnte aber eine Beleidigung sein. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, eine Beleidigung, wenn es öffentlich geschieht, wie es hier ja Gott sei Dank nicht der Fall ist, es ist niemand mit uns im Raum und es wird auch nicht aufgezeichnet. Ganz genau. Könnte es sich um eine Misshandlung handeln, um eine Beleidigung handeln. Das ist aber ein Privatanklagedelikt grundsätzlich. Genau. Da muss ich selbst tätig werden, da kann ich nicht die Polizei entschalten, nicht die Staatsanwaltschaft, da muss ich quasi der sein, der das bei Gericht aktiv anzeigt. Wird nicht sehr oft gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Da möchte ich noch kurz anmerken, die unterschiedlichen Qualifikationen oder Abschwächungen von der Körperverletzung selbst. In § 84 ist die schwere Körperverletzung normiert, da geht es also wirklich um heftige Dinge, wie auch in unserem Film. Dann gibt es ein Bügeleisen, ein heißes Bügeleisen. Ganz genau, ein heißes Bügeleisen. Auf den Kopf, aus ungefähr sieben Metern, zehn Metern Höhe, ist durchaus eine schwere Körperverletzung. Dann gibt es die Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen in § 85, wobei hier auch wieder das Bügeleisen ins Spiel kommt, weil wenn man das auf den Kopf bekommt, kann es sein, dass ein kleiner Debscher bleibt. Und wenn ich das so sagen darf. Dann gibt es die Körperverletzung mit Todesfolge in § 86 und in § 87 die absichtliche schwere Körperverletzung. Also da geht es dann quasi wirklich darum, was der Kevin eigentlich die ganze Zeit tut. Ganz genau. Das, was der Kevin macht, ist fast die absichtliche schwere Körperverletzung. Genau. Würde wahrscheinlich in Österreich theoretisch so angeklagt werden. Wäre eben Kevin älter, als er ist im Film. Und Österreicher. Und Österreicher. Und in § 88 jetzt noch die fahrlässige Körperverletzung von der MW kurz gesprochen. Ich habe mir als Vorbereitung auf diese Sendung einige Videos angesehen, wo es zum Beispiel darum geht, ob Menschen, also Charaktere in einem Film etwas überleben würden oder nicht. Sozusagen. Da gibt es einen sehr guten YouTube-Kanal und da kommt eben zum Beispiel diese Sequenz vor, in der Kevin nämlich selbst und nicht als sozusagen Vorrichtung, sondern wirklich selbst diese Farbkanister an eine Schnur gebunden hat und dann den feuchten Banditen auf den Kopf wirft. Mit Anlauf, also mit Ausholen wirft er beiden einen solchen Farbkanister zuerst auf den Kopf und dann noch einmal. Das ist dann physikalisch berechnet worden. Wie schwer ist so ein Farbtopf, wie viel Geschwindigkeit hat der und mit wie viel Wucht wird der quasi dann auf den Kopf auftreffen. Und da wurde gesagt, dass diese Handlung mehr oder weniger zu 100 Prozent tödlich ist. Also das ist mit 37 kmh kommen da 13 Kilo auf das Gesicht zu und spätestens wenn der Kopf dann quasi irgendwo hinten ist, ist es vorbei. Ob der Kevin das jetzt weiß oder nicht, weiß man nicht. Aber wir könnten noch über Mord sprechen, beziehungsweise über den versuchten Mord. Ich möchte also allgemein auf den Versuch eingehen. Bitte. Und vielleicht auch noch ganz kurz, was diese strafrechtlichen Folgen angeht, das weiß ich aus meiner Praxis, gerade auch mit der schweren absichtlichen Körperverletzung oder mit der schweren Körperverletzung, da geht es schon auch immer darum, ob der Täter eine zumindest leihenhafte Vorstellung der Folgen hat. Also wenn du sagst, dass da der Kevin gewissermaßen jemandem mit voller Geschwindigkeit einen vollen Farbtopf an die Rübe knallt, dass der dann vielleicht ausschaut im besten Fall wie der Lord Voldemort. Entschuldigung. Wir springen. Wir springen, ja. Entschuldigung. Ich bin nicht. No, no, no. Dann muss man ihm schon vorwerfen zu sagen, okay, das hätte er vielleicht wissen können. Vielleicht nicht mit acht Jahren, aber wenn er volljährig ist, Kopf plus Geschwindigkeit plus voller Farbeimer problematisch. Ja, also diese Ableitung ist jetzt keine juristische, zwangsläufig. Aber die absichtliche schwere Körperverletzung ist vor allem immer der Angriff mit Waffen beispielsweise. Der Angriff mit Waffen, genau. Auf Waffen möchte ich allgemein dann noch ganz kurz zu sprechen kommen. Vielleicht noch kurz zum Versuch. Viele Straftaten, die im Strafgesetzbuch normiert sind, können auch versucht werden. Da geht es darum, dass man eine Straftat zwar andenkt und das schon als rechtsfeindlicher Wille angesehen wird, aber nicht abschließt. Ich plane zum Beispiel einen Mord oder ich plane einen Überfall, einen Einbruch. Was ja auch hier alles im Film relevant sein könnte. Auch dieser Versuch ist strafbar, meistens grundsätzlich genauso wie das vollendete Delikt, kann aber ein Milderungsgrund sein. Es geht darum, einfach dieses rechtsfeindliche Verhalten, den rechtsfeindlichen Willen, das Gesetz zu brechen, auch bestrafen zu können, weil es sonst eskalieren wird. Ganz genau. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu den Waffen, die du gerade angesprochen hast. Du hast noch einen sehr interessanten Science Slam dazu gemacht. Ist ein Lichtschwert eine verbotene Waffe? Ja, bedauerlicherweise haben meine Recherchen ergeben, dass ein Lichtschwert wäre es real wahrscheinlich als verbotene Waffe zu qualifizieren wäre, weil die Klinge einziehbar ist. Weil die Klinge einziehbar ist. Ich habe übrigens sagen lassen, dass es in Amerika bei der größten Fluggesellschaft gibt es eigene Regeln dafür, wo drinnen steht. Also man darf das Laserschwert mit an Bord nehmen, solange es kein echtes ist, sondern nur ein Prop. Ein wichtiger Hinweis, in Österreich habe ich derartige Hinweise noch nicht gefunden. Okay. Amerika. Amerika. Ist ein anderes Rechtssystem. Können wir vielleicht auch einmal ein solches Video darüber machen. Das wäre ein eigener Muck, ja. Viele. Die Frage, die sich mir stellt bei Gegenständen, die sich als normaler Gegenstand tarnen, aber eigentlich eine Waffe sind. Zum Beispiel ein Stockdegen oder eine Christbaumkugel. Die eigentlich zwar eine Christbaumkugel ist, aber wir sie trotzdem in die Kamera halten. Genau. Oder wenn da drinnen eine Handgranate wäre. Ja, genau. Und es sieht aber aus wie eine Christbaumkugel. Darum geht es bei der Frage nach verbotenen Waffen. Also das grundsätzliche Ansinnen des Gesetzgebers ist, eine Waffe soll als solche erkennbar sein und nicht sehr normal rüberkommen. Ganz einfach. Das Ganze ist geregelt in § 17 Waffengesetz, wo es darum geht, was eine verbotene Waffe ist. Das Waffengesetz allgemein regelt so ziemlich alles über Klingenwaffen, Schusswaffen und auch die Munition, den Umgang mit Waffen und den Erwerb, den Besitz und den Handel und diesen ganzen Rattenschwanz. verbotene Waffen sind, und das möchte ich nur ganz kurz vorlesen, zum Beispiel auch sogenannte Pumpguns, also Vorderschaft-Repetierflinten. Das ist auch verboten. Nur, falls jetzt jemand ein Heißwirt daheim überdenken Sie den Besitz und das Eigentum an einer Vorderschaft-Repetierflinte vielleicht noch einmal. Ja. Vorderschaft-Repetierflinte. 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 Danke, danke. Vielleicht ganz wichtig, in Österreich sind auch Schlagringe verboten, also diese zusammengeschweißten Ringe. Das Problem ist nämlich da oft, die verkaufen sich Personen im Urlaub im Ausland, wo der Besitz und der Erwerb nicht verboten ist und nehmen die dann nach Österreich mit und tragen sie dann irgendwann einmal eher aus modischen Gründen vielleicht wirklich an einer Halskette oder ähnliches. Wenn man hier von der Polizei erwischt wird, kann es durchaus eine Anzeige nach Waffengesetz zur Folge haben. Ist zwar in der Regel nicht schwierig oder nicht problematisch, man wird dafür nichts ins Gefängnis kommen, aber auf jeden Fall den Schlagring muss man hergeben. Also das ist nur eine Sache, ich glaube, dass Schlagringe oft ein größeres Thema sind wie Vorderschaft-Repetierflinte. Dankeschön. Ich habe sogar ein Nicken von unserem Kameramann bekommen. Wunderbar. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Jetzt möchte ich das Strafrecht verlassen. Nun zu etwas ganz anderem. Nun zu etwas ganz anderem, liebes Publikum, nämlich zum Zivilrecht. Noch ganz kurz, weil mir da was aufgefallen ist. Es ist ja so, dass Kevin draußen am Abend noch, es ist noch nicht so kalt, dass es gefriert, Wasser ausschüttet und damit hofft, dass es in der Nacht gefrieren wird und dann die Einbrecher, die feuchten Banditen darauf ausrutschen. Genauso kommt es dann auch und im Endeffekt ist ja das so etwas ähnliches oder eigentlich ein Weg. Und im Zivilrecht gibt es nicht nur die allgemeinen schadenersatzrechtlichen Normen oder die Gewährleistung, sondern auch einen ganz spezifischen Fall, nämlich der Wegehalterhaftung. Und der ist geregelt in § 1319a und mein juristisch, jetzt wollte ich schon fast sagen verseuchtes, ich sage aber geschultes Gehirn, hat mir sofort diese Wegehalterhaftung aufgezeigt. Da geht es darum, dass ein Halter eines Weges, das kann auch eben der Zugang zu einem Haus sein oder der Gehsteig vor einem Haus, je nachdem in welchem Eigentum der ist oder wer eben der Halter dieses Weges ist, also der, der sich drum kümmern muss allgemein gesagt, dass der für den Mangel eines Weges einzustehen hat und gegebenenfalls eben Schadenersatz zu leisten hat. Ganz wichtig an dieser Stelle, Wegehalterhaftung gilt nicht nur im Außenbereich, sondern gilt generell für allgemein zugängliche Wege, zum Beispiel auch Supermärkte. Und wenn Sie Jurist sind und jemals Rechtsanwaltsanwärter sind, also Konzipient, dann werden Sie sich unter anderem mit diesen Dingen beschäftigen, nämlich jemand kommt wo zum Sturz, verletzt sich und macht dann Wegehalterhaftung geltend. Das kommt irgendwann einmal dazu, dass man, wenn man einkaufen geht, die Augen ständig am Boden hat, insbesondere in der Obstabteilung, ob nicht wo ein Salatblatt herumliegt, das eine Wegehalterhaftung begründen könnte. Man geht mit anderen Augen durch die Welt, wirklich. Ja, das ist zumindest lange Zeit so, dass man ständig wie schaut oder sich fragt. Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz zu dem, was wir ganz eingangs erwähnt haben, nämlich, dass die Mutter oder die Eltern von Kevin die Obsorge haben, die Fürsorgepflicht haben. Und da möchte ich eben, wie ich schon versprochen habe, allgemein auf das Recht eingehen, nämlich auf den Satz. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Kind, sollten Sie eins haben, bei einer Baustelle vorbei und dort steht, Eltern haften für ihre Kinder, ganz groß auf einem Schild. Jetzt stellt sich die Frage, wir gehen mit anderen Augen durch die Welt. Stimmt das? Haften Eltern für ihre Kinder immer? Antwort? Nein. Ich habe jetzt gehofft, es kommt darauf an. Verzeihung, nochmal? Haften Eltern für ihre Kinder? Antwort? Es kommt darauf an. Es kommt wirklich darauf an. Ja. Es kommt nämlich darauf an, ob Sie und wie weit die Eltern ihre Aufsichtspflicht gegenüber dem Kind vernachlässigt haben. Also doch nicht ganz nein. Also nicht ganz nein, aber auch nicht ja. Also es kommt darauf an. Es kommt einfach darauf an. Genau. Also wenn die Eltern jetzt einfach nicht geschaut haben und das Kind irgendetwas kaputt macht oder sich verletzt, dann haften Eltern durchaus für ihre Kinder, insofern sie eben ihre gesetzliche Aufsichtspflicht verletzt haben. Genau. Also wenn man mit den Kindern dort vorbeikommt und das Kind läuft hinein und man sagt nicht, komm wieder heraus, sondern gib Acht, wenn du mit dem Bagger fährst, dann ist das eine Sache, wo man sagen kann, vielleicht eine Aufsichtspflichtverletzung. Wahrscheinlich. Aber grundsätzlich, also diese automatische Haftung bei diesem Schild, Kind, Schaden, Aufsichtspflichtverletzung oder Schadenstragung, Schadenshaftung durch die Eltern, das stimmt nicht. Weil es kommt nämlich darauf an. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Und jetzt möchte ich gerne dieses Video beenden, weil ich gesehen habe, dass ich das Bügeleisen ganz gut brauchen könnte. Ich bin vielleicht, also ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt mich in den Bügelraum begeben und der ist hier da hinten. Und ich freue mich, wenn Sie dann beim nächsten Video wieder einschalten, wo wir das letzte Einhorn, einen wunderschönen Film rechtlich zerlegen werden und Ihnen den Spaß daran verdoppeln. Ganz genau. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.